Zeit für das große Finale, Freunde. Und das kann ich mir einfach nicht nehmen lassen, da meinen Lieblingskommentator an die Seite zu holen. Pet. Hallöchen. Na? So, und... Are you ready? Ich bin ready. Aber ich muss vorher noch was ankündigen. Sag das. Ihr seht das Level. Ich habe mich auf die niederen Beweggründe hinabbegeben. Ich habe gesheetet. Ich bin enttäuscht von dir. Ich bin auch enttäuscht. Aber, 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 ich habe mich schlau gemacht. Und diesen Gegner kann man kaum unter diesem Level überhaupt besiegen. Ich habe es versucht. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Es ist jetzt noch unmöglich. Aber mit einem bisschen Geschick kann das funktionieren. Aber ich zeige euch das, wie gesagt, mal kurz. So, ja, stampf du mal. So, ich hau drauf und achte auf deine Lebensverzeige. Und achte drauf, dass ich... So. Ja. Und ich schätze mal so, jetzt im Let's Play noch auf Level 80 oder so zu leveln, dann werden wir wie in einer der ersten Parts gesagt, bis wirklich bis 2014 noch beschäftigt. Und ich denke mal, auf Dauer wird das ja auch langweilig, ne? So schaut's aus. Nun, diese Art von Methode, sag ich mal. Ich werde nun... Du kannst ja auch schlecht 20 Parts ineinander hochladen, wo du dich nur uplevelst. Das macht ja auch keinen Sinn. Genau. Und deswegen ziehen wir uns jetzt aus kurz. Uh. Ich muss nur, hab ich ja ganz vergessen. Ich hab's schon ausgetestet. Ich weiß, dass es funktioniert. Ahaha. So, ich wollte den Bogen jetzt wieder dahin und... Dahin oder du? Ne, du dahin. So, so machen wir das jetzt. So, und jetzt muss ich kurz die Festung ein wenig reinigen. Von jeglichem Ungeziefer, was sich hier noch herumtreibt. Mhm. Denn ich werde mit dem großen Dämonen dort hinten eine weite Reise durch die Festung machen. Und du weißt, was du tuchst? Ich glaube schon. Es hat gerade funktioniert. Gerade hatte ich ihn down. Ich weiß nur nicht, ob wir danach den Endball schaffen. Das weiß ich nicht. Aber es könnte klappen. Ja, ja, ist der Offspring geklappt. Ob das nach dem Endball klappt. Ja, so Reise. Dann war es es nicht. Reise hat funktioniert. Ja. Nach gefühlten 20 Minuten. Aber anders geht's halt. So schlimm. Ja, gefühlt ja. Ja. Aber du musst echt aufpassen, dass du dich nicht einmal hittet, weil das war's. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Ich hab mir dazu noch ein bisschen was erzählt. In Toren haben sie ja auch diese Übertriebenheit, sag ich mal, richtig niedergemacht. Also wir haben das Spiel gerade deswegen wirklich manchmal richtig gebieft. Wir haben es gedisst. Um jetzt mal ein bisschen Slang hier zu kriegen. Denn wir haben es ja am Anfang auch gemerkt, wer das jetzt länger verfolgt hat. Am Anfang die Reaper zum Beispiel. Die waren fast unschlagbar. Ja. Ich musste ja andauernd zu diesem doofen Maliel-Schrein rennen. Du darfst es euch sagen. Verfegt ja. Und das ist unglaublich. Das ist unglaublich schwer gemacht. Und im Gegensatz zu den anderen Gegnern ist das ja echt gar nichts gewesen. Und genauso soll es hier sein. So viel kann ich ja mal spoilern eigentlich. Und das Reiss jetzt in seiner dämonischen Form richtig stark sein soll. Im Gegensatz zu dem Endgegner. Der einfach nur eine Pussy sein soll. Also den er quasi mit verbundenen Augen besitzt. Aber so in der Mitte des Let's Plays hattest du auch so ein paar Gegner, die jetzt nicht die einfachsten waren. Diese Geister, glaube ich, waren es. Und teilweise auch diese Skelette. Da hast du ja auch schon ein paar Schläge benötigt, um die dauernd zu bekommen. Was auch. Wo ist denn hier der scheiß Maliel-Schrein eigentlich? Macht mich das wieder... Nein, ähm... Hier mache ich es halt so. Nein, noch. So, dann speichern wir nochmal kurz und gehen dann gleich los. Ja, ähm... Und auch die Trolle zum Beispiel... Oder war das ein Troll? Ich meine, das war ein Troll in der Zwergenmine. Ja. Also man... Die haben sie schon manchmal echt übertrieben. So, dann gehen wir unserem Freund rein. Es ist doch mal eine Trachten-Krügel. Ich hoffe, dass die Pfeile reichen. Ich weiß gar nicht, ob man hier eine ganze Zeit Pfeile hat. Wenn nicht, lache ich mich gleich selber aus. Das wäre jetzt blöd, ja. Headshot. 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 Kriegt ihr überhaupt Schaden? Headshot. Headshot. Ich sollte mal langsam gehen. Das ist die gute Frage. Bekommst du überhaupt Schaden? Ja, aber man sieht, die Leist hat sich minimal bewegt. Schieß ihm in die Eier her, komm. Ja, jetzt bewegt sie sich. Jetzt sieht man das. Entmannt. 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 Okay. Ja, es wird knapp. Entmannt. Kriege mal ein bisschen. Aber der baut seine Energieleiste nicht wieder auf, nur mit der Zeit. Nein, nein, nein. Ich weiß noch nicht, ob er die aufbaut, wenn ich jetzt zu weit von ihm weggehe. Also, da wir ja inside sind, auf jeden Fall nicht. Ne, das ist klar. Aber sowas ist auch assi. Was man jetzt schon wieder sieht, ist da hinten, aus den toten Gegnern erscheinen nämlich Geister. Also, und die Geister könnten mir gleich echt zum Problem werden. Man sieht es da hinten. Wenn die mich wirklich treffen sollten, also wenn ich irgendwie über den Weg laufe und sie mich aufhalten, bin ich tot. Fände ich jetzt weniger lustig, aber... Headshot. Das wäre unmöglich. So, und jetzt können wir ihn ein wenig festbuggen, wie ich das gerade getestet habe, indem wir einfach mal in diesen hässlichen Gang hier rennen. Durch den er sich nicht so schnell bewegen kann, glaube ich. So, dann machen wir mal kurz. Bewegt er sich überhaupt nicht durch? Ja. Und irgendwie bewegt er sich auch nicht so langsam wie gerade. Ja. Der bugt da wirklich fest in dem Gang. Also, man sieht es wirklich. Dass der wirklich... Alter, der nimmt ja... Ganz viel Zeit hin zu bearbeiten. Keinen Schaden. So, Überlängepart habe ich gehört. So, Stunde. Locker. Nicht bis 2014? Bis 2014, oder? Kann sein. Erstmal wollte ich den nochmal in den Kopf schießen. Hat mich ganz sicher. Da ist auch schon wieder ein Geist. Headshot. Irgendwie treffe ich seinen Kopf nicht. Es wird kritisch. Es wird kritisch. Er ist fast tot, Freunde. Er lebt nicht mehr lange. I'm not afraid. Kann ich denn hier nichts machen, Alter? Da habe ich da schon Eilschaden drauf gemacht und es bringt immer noch nichts. Headshot. Headshot. Komisch, Headshot. Wie blöd es nicht das ist, dir einfach so einen Gegner hinzuklatschen, nur nach dem Motto... Ich weiß nicht, wie das sich die Entwickler dabei gedacht haben. Die müssen echt gelitten haben. Weil es ist ja eigentlich Bullshit. Ja, vor allem, wie gesagt, wenn man überlegt... ...die plötzlich so etwas overpowered ist, da hinzuschneiden. ...dass es bis hierhin ja alles machbar war mit meinem damaligen Level 34 und es jetzt ja einfach unbesiegbar ist, das Ding. Ich weiß dann, was mich das etwas erinnert. Ja, die Gegner, die Gegner, die Gegner? Ja, ja, ja. Und, ähm, das ist ja unglaublich, unglaublich belöd gemacht. So, und jetzt... Die! 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 Ja... Ich habe extra auch den Bogen geskillt. Nur keine Rüstung an, aber ist ja auch Wurst. Glaube ich. Also langsam, wird es echt langweilig. Ist ja fast wie im FM hier. Mit den Ladezeiten. Ja, gut. Ich würde hier noch ein bisschen extra fangen und mir gerade voll in die Sackgasse gerannt sind. Oh fuck. Oh mein Gott. Ja, okay, jetzt wurde es ein bisschen spannend. Jetzt wurde es ein bisschen spannend, ja. Davor wollte ich aber sagen, dass die Ladezeiten durchaus spannender sind als das hier. Außerdem war das ja zur Absicht, um ein bisschen Spannung zu erzeugen. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Deswegen bin ich auch so rotiert, Freunde. Das war natürlich alles für Schauspielart. Er kann gut schauspielen. Er kann gut schauspielen, ja. Wann sehen wir dich in Hollywood? Ja, ich bin schon wieder gegen eine Wand gelaufen. Ja, nächstes Jahr, ich habe schon Steven Spielberg hat angefragt. Ja, habe ich gesagt. Na gut. Und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich schwer dabei, Trash zu labern und hier sich auf das Spiel zu konzentrieren. Dass man hier gewonnen hinter dir und dann auf einmal dead ist. Man ist in dead. Plötzlich ist mein Vater. Habe ich beim letzten Zelda-Boss auch, dass ich da ein bisschen wenig gelaufen habe, weil man versucht, sich da zu konzentrieren. Ja, es geht los. In deiner Eier, du Sau. Warum schießt du denn nicht? Ein gutes Drittel hat er verloren, aber... Wir haben ja auch gefühlt schon gute Dreiviertelstunde gespielt. Oh, was machen wir denn mal? Ich mache mal den hier. Hahaha. Nee, war ich nicht. Komm, mach den mal kaputt. Komm, los. Untoter Diener, mach den kaputt. Wow, gut, dass ich dich beschwört habe. Du hilfst mir wirklich weiter. Wow, du läufst mir hinterher. Ach, der Wille zählt. Er hat es versucht. Oh, 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 der genedige Herr begibt sich nun auch mal dazu, den Herrn dämonischen Reis anzugreifen. Das ist ja lieb. So, und du stirbst jetzt endlich, du ästlicher Vogel. Also, ich würde jetzt ein paar flache Witze erzählen, aber ich möchte dich auch nicht zu sein, sondern eine Konzentration stören, weil es wäre ziemlich... Wenn ich auf einmal loslache. Nein, naja, aber auf alle Fälle wäre es ziemlich ärgerlich, wenn du das Ding nochmal von vorne machen müsstest. Wir haben jetzt nicht gespeichert. Naja, trotzdem. Ja, jetzt hatte ich kurz einen kleinen Leg, aber ich speichere immer mal wieder. Es ist sehr riskant, Freunde. Freunde der Nacht. Liebe Sportsfreunde oder was man auch immer sagen kann. Mit nacktem Oberkörper, aber hauptsächlich Helm auf dem Kopf. Hier kenne ich ja nichts für, dass die Rüstung um die Arm stehen, die für Fliegen geeignet sind. Ich versuche mal mit der 6. Okay, das lasse ich. Machen wir die 6 nicht. Ich komme ein bisschen nahe. Mein untoter Lina läuft da immer noch hilflos hinterher. Er weiß nicht, was er machen soll. Ach, der holt ihn schon irgendwann ein. Notfalls oder... Ne, wir überrunden den. Und dann kann er wieder attackieren. Ähm, Mann, wo gehst du hin? Wieso machst du das? Mann, Mann, Mann. Gute Hälfte haben wir. Ja, ich habe dich eigentlich auch nur dazu geholt. Ich nutze dich aus, weißt du, damit du die Zuschauer unterhältst und ich in die Fresse halte. Ich halte ja sehr viel in die Fresse, habe ich mir gut gemacht. Aber komm, das ist doch so einfacher als hier so ein Lieper. So schwer ist der jetzt auch nicht. Oder? Siehst du das eigentlich flüssig oder legt das bei dir? Kannst dir denken. Legt. Ja, aber es geht schon. Wie so ein Daumengehen, oder? Ja, sowohl. So ein Daumengehen. Kann das Bild schon erkennen. Hier so bleibt zu stehen. Mal in deinen hässlichen Kopf schießen. Vielleicht kriege ich ja Crit Damage. Ich habe sogar in die Luft geschossen, das hat ihm wehgetan. Ja, er ist doch mit der Luft verbunden, verschmolten. Oh Gott. Ist doch klar. Sag, ich bleib an so einem scheiß Dingern hängen. Irgendwann stirbst du noch wegen so einer kleinen Sache. Und das bestimmt, wo er noch genau einen Schuss weg ist vom Tod. Er schaut aber nicht ganz gesund aus, ne? Wo war denn der? Ja, der ist in ein Atombecken gefallen. Er hat sich mit Gandohaar gestritten. Oder was? Und er hat ihn in ein Atombecken geworfen. Vor allem, der war ja vorher noch ein ganz normaler Mensch und jetzt ist er auf einmal sowas. Ja. Er kann also mit dem Schnipsen quasi sich zu sowas da machen. Hey, vielleicht kann ich das auch, ja? Ich bin jetzt ein dämonischer Päck. Also ich habe auf jeden Fall unendlich Pfeile und mein Höh-Helfers-Helfer läuft immer noch hinter ihm her. Und ich habe so viele Pfeile gesammelt. Aber komm, wir versuchen es, da siehst du es nicht. Ich kriege dich, ich kriege dich. Komm. Zwei Fünftel hat er nur noch. Drei Fünftel haben wir schon geschafft. Ja, da oben, die Leis ist so ein Fünftel unterteilt von ihm. Ach, da hat er. Habe ich mir nie ausgedacht. Zu kurz. Also FF, okay. Gut, dass der langsamer ist als ich. Wie viel schneller irgendwie, kann das sein? Nee, das nicht. Aber ich bin froh, dass die Rüstung abgelegt wurde. Mit der wäre ich etwas langsamer. Etwas viel langsamer. Wo tut er dir eigentlich die ganze Zeit hin? Das muss man sich ja auch mal fahren. Siehst du nicht den unsichtbaren Rucksack? Ach so, da. Oder er trägt sie in seinem Schiff. Aber er müsste trotzdem langsam sein, weil er schleppt sie ja bei sich. Headshot. Hat alles in der Unterbuchse gelagert. Ja, ganze Rüstung. Spannung hochziehen. Deine Mäger, du sauer. Das hat ihm wehgetan. Du wirst keine dämonischen Kinder erzeugen. Kann er eh nicht, weil gibt's ne dämonische, äh, ja, Frau? Der kann sich aber wieder zum normalen Reis verwandeln. Glauben. Ach so. Wer da glüht. Und die Kinder, die können dann auch schnippen. Und sind plötzlich die dämonischen Kinder. Gleich bei der Geburt. Schnipp. Schnipp. Schauen wir kurz ins Inventory, ob wir nicht bessere Pfeile haben. Das fällt mir früh ein, ich weiß. Ja, ich wollt's grad sagen. Da hab ich aber auch die Schwächsten eigentlich ausgesucht, ne? Mann, 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 Mann. Hm, komm mal, haben wir hier nicht irgendwas? Nö, Stärke um 10. Ja, den trinken wir jetzt einfach mal. Nö, Stärke um 10. Ja, den trinken wir jetzt einfach mal. Äh. Äh. Ich hab einen Schlüssel. Vielleicht kann ich ihn dann nach ihm werfen und er fällt dort um. Das ist ganz klar. Okay, verleiht ihm und die Immunität gegen Gift brauche ich jetzt spontan nicht? Naja, versuchen wir's mal. Warum liegt das da am Boden? Naja. Das ist vielleicht was. Was das will? Ach, guck mal, das bringt doch was. Er hat sofort wieder einen Millimeter verloren. Ja. Auch wenn ich sie, glaub ich, gerade noch weggeschnissen hab. Ich glaub ich hol' noch. Also unter meinem... Ich glaub, ich gehe dir noch an den Hölnmeister. Vielleicht hilft er mir ja. Also unter meinem Mikroskop seh ich's auch, dass er sich was an seiner Leiste tut. Mit dem bloßen Auge nicht, aber das ist ja der Sinn des Spiels. Ich soll das ja mit dem bloßen Auge gar nicht sehen. Ich soll immer gleich ein bisschen schlimmer wählen. Ich speicher nicht mehr. Auf der Spielpackung standen deshalb bestimmt auch nur mit einem Mikroskop spielbar, oder? Ja, das ist ja. Ich nehm's immer noch mit Humor. Kannst du mir erzählen, was du willst? Lustig wäre natürlich, wenn du... Ja, was willst du denn sonst machen? Heulen, oder was? Der Raps ist jetzt nicht gestartet. Stimmt. Oh, was ist denn das denn? Das wäre echt ärgerlich. Wenn man das alles nochmal machen müsste. Ich glaub, da würde ich mich einfach auf Level 100 schieben. Und dann puste ich den, glaub ich, um. Nee, mach's das nicht. Dann brauchst du einfach kein Mikroskop mehr, aber... Viel tust ich dann auch nicht. Dann brauchst du noch ein Fernenglas, weißt du? Puh. Puh. What are you doing? Ja, das war knapp, ne? Ja, die Automale Speicherung hilft mir gerade sehr gut. Oder sehr, sehr gut hilft mir. Sehr viel, wollte ich sagen. In your face. Ich glaub, so langsam ist das nicht mehr mit Humor, ne? Langsam wird's echt langweilig, also... Ähm, wieso läufst du nicht? Du hast es auf seine Eier abgesehen, hab ich das Gefühl. Was? Aber irgendwie schießt der auch manchmal gar nicht. So, nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Ich schieße nicht. Ich mein, bin ich ein unbekannter Mann ohne Namen? Ich schieße doch nicht. Unbekannter. Ich meine, ich kann nicht den Weg jetzt hier langsam auswendig. Genau. Ja gut, der komplizierteste ist er jetzt nicht, ne? Aber guck mal, jetzt ziehen wir noch mehr ab, jetzt geht's zum Ende hin. Ja. Der wird erschwächer, der Mann. Ja. Du meinst, der Dämon. Ja, ist ja... War ja mal ein Mann. Aber jetzt ist er ein Dämon. Ja. Komm, jetzt kriegst du noch mal einen in die Fresse. Noch mal einen in die Fresse. Und jetzt kannst du auch langsamer umfallen. Damit ich deine Leiche schändigen kann. Nö, nö, noch. Bisschen hat er noch. Bisschen hat er noch. Das ist so wie in den ganzen Animes, weißt du? Die bekommen immer auf die Fresse. Aber am Ende, wenn sie schon total down sind, bekommen sie nochmal so einen Schub und machen alle fährt. Ja, da würde ich glaube ich nicht so lachen. Aber das passt wirklich zu den Animes, ne? Die kämpfen sich da ja ohne Ende. Ja. Und dann ganz zum Schluss machen wir dann einmal so... Und dann... Und dann... Rot. Ich mach auch mal Plüpp jetzt gleich. Mach mal Plüpp. Aber das kannst du gar nicht. Du bist gar nicht erschöpft. Er kann nur Plüpp machen. Weg. Bei Sky... Oh, hey. Bei Skyrim hab ich auch hier so einen Geschwindigkeitsschub. Der wäre hier manchmal eigentlich nützlich. Uhu. Wieso wartest du eigentlich so lange, Mann? Das musst du wegrennen? Nein, Gesicht. Nein, Gesicht. Nein, Gesicht. Nein, Gesicht. Nein, Gesicht. Nein, Gesicht. In deine Rüstung. Wieso hat der eigentlich eine Rüstung als Demo? Wann hat er die denn? Tja. Hat der Reisex hat mit sich rumgeschleppt. So riesen Rüstungsteile. Für nur. Ja, die hat er doch in der Buchse gehabt. In seinem Unsicht war er ein Rucksack, oder? Ich seh da gar keine Lebensanzeige mehr. Bisschen isst du noch was. Ach, ich seh es unter dem Mikroskop. Ja, stimmt. Oh, ja. Fall um. Fall um. Fall um. Habe ich eigentlich noch einen Dämon? So einen Höllen-Dämon? Dämon? Guck mal, komm, der ist doch keine Leiste mehr. Ja! Ja! Du warst. Du Neger, du Neger, hier, komm. Warte, ich enthaupte. Was ist das denn? Ist vielleicht interessant. Auge eines Höllen-Lochs. Warte. Er war das, glaube ich. Ja, du kleines Scheiß-Düren. Ja, Leute. Wir haben diesen unglaublich epischen, innovativen und abwechslungsreichen Kampf hinter uns. Ich bin völlig geschockt. So interessant war der, ne? Du nicht? Ja. Ich schwitze total. Ich kann es nachvollziehen. Es ist der Hammer. Warte.